ich würde ganz kurzes thema mit ihnen grundlagen elektrotechnik machen zum umladen von kapazitäten weil wir das nämlich in neun jahr brauchen werden um uns mit dem thema ladungspumpen und kapazitive dcdc wander zu befassen was ist das ladungspumpen kapazitive dcdc wander ja das sind möglichkeiten wie man mit hilfe von geschalteten kapazitäten ja spannung wandeln kann zum beispiel spannung verdoppeln kann spannung invertieren kann und das sind energieversorgungssysteme die sich insbesondere eignen um on chip energieversorgung zu betreiben zum beispiel indem man aus einer kleinen betriebsspannung eine höhere betriebsspannung macht die man zum beispiel braucht um gate treiber anzusteuern für leistungselektronische systeme was sehen wir hier wir sehen bei dieser schaltung bei der diese kapazität periodisch zwischen eingangsspannung und serienschaltung mit der ausgangskapazität geschaltet wird nach dem einschalten ein langsames hochfahren über die verschiedenen takte von der ausgangsspannung auf der pufferkapazität und so können wir wenn wir eine eingangsspannung von 5 volt anlegen die mit hilfe von dieser schaltung hier über die zeit verdoppeln zumindest verdoppeln wenn keine last anliegt wenn eine last anliegt also ein strom gezogen wird was sie üblicherweise der fall ist dann reduziert sich diese ausgangsspannung auf einen geringeren wert als zweimal v in wie so etwas funktioniert das werden wir uns dann nach den ferien anschauen und zwar unter dem system aspekt wir wollen gar nicht schauen wie wir das ganze auf der transistorebene auslegen und dimensionieren sondern wir wollen uns paar betrachtungen dazu machen wie eigentlich die energieeffizienz von solchen schaltung aussieht man sollte eine schaltung geradezu energieversorgung erst dann bauen wenn man weiß mit welchen effizienzen man rechnen kann aber feststellt dass man den größten teil der energie nur versenkt in irgendwelchen parasitären widerständen und anderen effekten dann ist es vielleicht nicht gut eine energieversorgung schaltung zu bauen die auf solchen prinzipien beruht also wollen wir uns mit hilfe von einer entsprechenden energieorientierten modellierung uns darüber gedanken machen wie man eine solche schaltung auslegen muss damit sie energieeffizient arbeiten kann oder wie wir bestimmte energieeffizienz vorgaben einhalten können wenn wir sie als spezifikation vom kunden bekommen aber dazu möchte ich mit ihnen kurz mal in die grundlagen der elektrotechnik zurück und mal so eine grundlagenrechnung machen aus der hervorgeht dass das was wir eigentlich vorhaben gar nicht möglich ist und später mal sehen wie es dann doch möglich ist und wir schauen uns dazu mal ein beispiel an was sie vielleicht schon aus den grundlagen der elektrotechnik 1 oder 2 kennen und zwar das zusammenschalten von zwei kapazitäten eine davon geladen und eine ungeladen wie sieht das aus was ich ihnen zeigen möchte neben zwei kapazitäten eine kapazität die nämlich c1 und sie habe den wert c und diese kapazität möchte ich jetzt über einen schalter an ein widerstand anschließen der wiederum auf eine zweite kapazität geht die kapazität heiße c2 und ihr wert sei entsprechend groß auch c hier unten habe ich den masse knoten und ich sage jetzt mal der widerstand habe den wert er ich gebe keinen konkreten wert vor und die kapazität c1 auf der linken seite die sei vorgeladen mit einer spannung 10 0 zum zeitpunkt t gleich 0 zwei folgendes bei t gleich 0 schließe ich diesen schalter und jetzt möchte ich wissen wie funktioniert der ladungsübertrag von der kapazität c1 die vorgeladen ist auf die ungeladene kapazität c2 und was für eine energiebilanz haben war ja was passiert denn mit unserer energie die energie die auf der kapazität c1 gespeichert ist also w von c1 ist ja gleich ein halb c u c0 quadrat oder wir können es auch schreiben gleich ein halb q quadrat durch c also die ladung die auf dieser kapazität gespeichert ist und das ist auch die gesamtenergie in dem system denn auf der zweiten kapazität ist ja keine energie gespeichert u gleich 0 dementsprechend wie gleich 0 jetzt betrachten wir mal den endwert was passiert wenn ich nach dem schließen des schalters unendlich lange warte bis ich die ladung auf diesen beiden kapazitäten hier ausgeglichen haben was haben wir dann dann haben wir auf beiden haben wir die die ladung auf den beiden kapazitäten und sagen q ist gleich u durch moment gleich c mal u und jetzt verteilen wir das auf zwei kapazitäten das heißt also nach dem schließen des schalters die gegen unendlich q ist gleich 2c mal u und daraus folgt u ist gleich q durch 2c was haben wir jetzt an energie nach t nach unendlich lange warten in diesem system da haben wir w ist gleich w 1 also w von c 1 plus w von c 2 und das ist jetzt gleich diese spannung machen wir hier ein halb c u quadrat also ein halb c mal q quadrat durch 2c zum quadrat und das ist c mal das ist q quadrat durch 4c und jetzt schauen sich das mal an q quadrat durch 4c nach dem schalten und q quadrat durch 2c vor dem schalten das heißt wir haben durch dieses schalten die hälfte der energie verloren ja wo ist die hälfte der energie geblieben durch diesen schaltvorgang genau die ist im widerstand verbraten ja aber ich habe doch hier aber ich habe doch hier den widerstand gar nicht berücksichtigt nirgendwo steht der widerstand hier drin genau darauf wollte ich sie hinweisen wie kommt das wo kommt dieses wunder her dass diese energie bilanz offensichtlich völlig unabhängig ist von diesem widerstand ja ich könnte mir vorstellen dass der strom ja gegen unendlich geht und das ist dann wenn man das dann wirklich ausrechnet über das muss man integral bilden müssen dass dann da irgendwas komisches passiert in der mathematik super das war eine steile volley vorlage genau das will ich mit ihnen jetzt machen ja sozusagen woher kommt dieses wunder dass auf einmal die hälfte der energie verloren geht wenn ich von kapazität 1 auf kapazität 2 ladung umlade und feststelle ist es völlig egal wie groß dieser widerstand ist und wenn ich sage völlig egal wie groß dieser widerstand ist ja dann darf auch null sein also wenn ich einen unendlich kleinen schalter widerstand hier habe gilt trotzdem dieser ladung über dieser energieverlust ja also wir können nicht mit energie erhaltung arbeiten sondern nur mit ladungserhaltung und egal wie gut das ding ist das kann supra leiter sein theoretisch wir verlieren die hälfte der energie bei der umladung von kapazitäten und das ist die motivation für das thema mit diesen ladungspumpen wie können wir uns das eigentlich leisten ladungspumpen zu machen wenn wir bei jedem umladen schon die hälfte der energie in wärme umsetzen kleine fußnote wenn man es richtig macht kriegt man beliebige energieeffizienzen hin aber dazu müssen verstehen was die mathematischen grundlagen dahinter sind damit wir die energieeffizienz entsprechend tunen können und jetzt möchte ich genau ihre frage mal beantworten woher kommt eigentlich die verbindung von da nach da und da müssen wir tatsächlich noch mal ins erste und zweite semester gehen und mal eine netzwerkanalyse davon machen und dann mal mit hilfe der laplace transformation und der rücktransformation in den zeitbereich und integration von t gleich 0 bis unendlich tatsächlich diese verhältnisse hier plausibel darlegen und dazu tun jetzt folgendes wir nehmen uns diese schaltung hier und versuchen sie jetzt mal in ein laplace transformiertes ersatz schaltbild für den zeitpunkt t größer 0 umzuwandeln und t größer 0 heißt dieser schalter ist geschlossen den kann man dann weglassen und dann müssen wir noch wissen was wir mit dieser anfangsbedingungen uc0 machen wie wir die in laplace transformiertes ersatz schaltbild bringen das wird dann auch notwendig sein um das für switch gepästeter schaltung zu verstehen und warum verwende ich überhaupt jetzt gleich ein laplace transformiertes ersatz schaltbild weil ein laplace transformiertes ersatz schaltbild sehr gut geeignet ist um die systemdifferenzialgleichung abzuleiten es geht viel leichter als wenn ich im zeitbereich arbeite und das werden wir gleich sehen laplace transformiertes ersatz schaltbild dazu brauchen wir zunächst mal eine aussage darüber wie sieht denn eigentlich das ersatz schaltbild aus von einer kapazität mit vorladung also hier haben wir eine kapazität c und hier haben wir die vorladung uc0 bei t gleich 0 hier haben wir unseren strom i und hier haben wir unsere zweitspannung u und deren beziehung im zeitbereich lautet ja u entschuldigung i ist gleich c mal du nach dt jedenfalls für eine lineare zeitinvariante kapazität das setze ich hier mal voraus und wenn wir das ganze jetzt in den laplace bereich transformieren diese gleichung hier das machen wir jetzt ohne überhaupt darüber nachzudenken dass es eine kapazität jetzt wir sehen einfach nur das ist eine differenzialgleichung und die transformieren wir gemäß laplace transformation dann haben auf der linken seite die laplace transformierte des stroms die stehen von s ist gleich c mal ja und jetzt kommt die laplace transformierte von du nach dt und da sind wir jetzt sauber das ist s mal laplace transformierte von s minus uc0 der anfangsbedingung in der laplace transformation steckt immer die anfangsbedingungen mit drin in der regel rechnen sie ohne die weil sie nämlich die sogenannten null zustands antworten von netzwerken bestimmen in denen die vorladung dann als null angenommen werden dann kann man das hier streichen aber wenn wir anfangswert probleme lösen wollen dann müssen wir die anfangsbedingungen mit drin behalten und dann lautet die saubere darstellung der laplace transformierten einer ableitung die u nach dt gleich s mal laplace transformierte der spannung u minus anfangsbedingungen uc0 also uc zum zeitpunkt t gleich null und daraus können wir dann folgendes ableiten wenn wir das mal nach u von s auflösen dann haben wir u von s ist gleich 1 durch sc mal i von s minus uc0 durch s das ganze ist ja jetzt eine spannungsgleichung auf der linken seite steht eine spannung und deswegen muss aus dimensionsgründen die reihe der summanden hier auch jeweils eine spannung sein also 1 durch sc mal i von s dann ist dieses 1 durch sc hier so etwas wie eine komplexe impedanz 1 durch sc von der kapazität und dieses uc0 durch s wenn das eine spannung ist dann ist das so was wie eine unabhängige spannungsquelle und beide sind hier in serie geschaltet entschuldigung hier darf nicht minus uc0 durch s sondern plus uc0 durch s stehen das ist ja hier auf die andere seite gebracht plus uc0 durch s und jetzt interpretieren wir das ganze mal als netzwerk die spannung u von s tragen wir mal hier ein u von s setzt sich zusammen aus dem strom i von s multipliziert mit der komplexen wir haben hier eine impedanz 1 durch sc das bedeutet wir haben hier eine impedanz 1 durch sc durch die der strom i von s fließt und in serie dazu eine spannungsquelle mit dem wert uc0 durch s und dann sehen sie jetzt das laplace transformierte ersatzschaltbild einer kapazität einer linearen zeitinvarianten kapazität mit anfangsbedingungen uc0 und das können wir jetzt dazu verwenden um ein ersatzschaltbild von unserer anfangswert problematik in dieser form darzustellen wir werden jetzt die beiden cs ersetzen durch die jeweiligen laplace transformierten ersatzschaltbilder und dann mit hilfe von einer maschengleichung eine differenzialgleichung im laplace bereich für den strom durch die beiden cs und das r bestimmen und dann können wir über r quadrat über über r mal i quadrat die leistung bestimmen die über diesen widerstand abfällt und die auf integrieren von t gleich 0 bis unendlich so dass wir die leistung bekommen die über den gesamten ladungsausgleichszeitraum hier verbraucht wird also ersatzschaltbild oder plus transformations ersatzschaltbild sieht dann so aus auf der linken seite haben wir die kapazität c1 mit 1 durch sc und ihre anfangsbedingungen uc0 durch s dann haben wir den widerstand r und auf der rechten seite haben wir noch mal eine kapazität jetzt ohne anfangsbedingungen beziehungsweise anfangsbedingungen gleich 0 1 durch sc und hier den masseknoten und das ist jetzt dass die modellierung unseres anfangswerts problemes mit vorladung uc0 und jetzt möchte ich den strom bestimmen der über die zeit durch diesen widerstand r fließt das lässt sich am besten machen mit hilfe von einer maschenstrom analyse nehmen wir mal hier einen maschenstrom den ich j von s j von s kann ich einfach durch einen maschenumlauf bestimmen die zugehörige gleichung schreibe ich auf indem ich alle spannungen in dieser schleife aufsumiere und gemäß kirchhoff zu null setzte fange ich links unten an minus uc0 durch s plus 1 durch sc mal j von s plus r mal j von s plus 1 durch sc mal j von s ist gleich 0 also alle spannungskomponenten über den einzelnen elementen summe gleich 0 gemäß kirchhoff also kirchhoff voltage law kv l und wenn ich jetzt den zugehörigen maschen oder schleifenstrom j von s bestimmen möchte dann muss ich nichts anderes tun als nach j von s aufzulösen dann erhalte ich dessen laplace transformierte und das sieht jetzt so aus paar elementare transformation da bekomme ich also wenn ich mal das das j von s hier ausklammere minus uc0 durch s plus klammer auf einmal 1 durch sc 2 mal 1 durch sc also 2 durch sc plus r mal j von s ist gleich 0 und das kann ich jetzt auflösen nach j von s war jetzt nicht jeden einzelnen schritt das können sie später nachvollziehen j von s ist gleich c mal uc0 geteilt durch 2 plus s rc damit habe ich hier die laplace transformierte des stroms j von s in abhängigkeit von der anfangsbedingungen uc0 gewonnen und wenn ich das jetzt im zeitbereich wissen möchte dann muss ich das zurück transformieren in den zeitbereich das kommen wir schreiben hier als c uc0 halbe mal 1 durch 1 plus s rc halbe und das habe ich deswegen gemacht weil sie in diesem element hier die laplace transformierte der e-funktion wieder erkennen können hier haben wir so was stehen wie ein 1 durch 1 plus s t das ist tiefpassfilterfunktion und die zurück zurück transformiert in den zeitbereich das ist 1 durch t hoch minus t durch t das können sie in den üblichen korrespondenz tabellen nachschauen das brauchen wir also jetzt nicht analytisch zu berechnen durch irgendwelche rück transformations integrale sondern das ist bestandteil der üblichen tabellen werke und wenn wir das jetzt zurück transformieren in den zeitbereich dann bekommen wir unser j von t raus als c uc0 durch r mal e hoch minus 2t durch rc das ist unsere zeitbereichs antwort für den strom j von t in dieser schleife als funktion von der anfangsbedingung uc0 und das ist hier plausibel setzen sie mal uc0 gleich 0 also ohne anfangsbedingung dann tut sich hier nichts dann ist diese ganze dieser ganze ausdruck hier gleich 0 j gleich 0 kein strom ohne vorladung und jetzt sind wir bei dem was ich gerade eben angekündigt hatte jetzt müssen wir mal dass die leistung auf integrieren die über diesen widerstand jetzt verbraucht wird was haben wir hier leistung an dem widerstand p ist gleich r mal j quadrat und damit wir dann die entsprechende leistung ausrechnen können nehmen wir unser j von t p am widerstand ist gleich r mal j quadrat von t also gleich können sich ausrechnen c uc 0 quadrat mal e hoch minus 4 t durch rc wenn ich richtig gerechnet habe da gehört noch ein 1 durch r rein ok das ist unsere leistung und die müssen wir jetzt auf integrieren über die zeit t gleich 0 bis unendlich um damit festzustellen wie viel leistung wie viel wie viel energie wird über den widerstand abgegeben und der rest ist die energie die dann noch in die kapazitäten fließen kann das sind jetzt dinge die mache ich nicht so gerne per hand warum man sich sehr leicht verrechnen kann für alle diese sachen gibt es tools das möchte ich ihnen gerade zeigen dazu verwenden wir noch mal mathematiker mit meinem tool n log insights was ich im rahmen meiner promotions arbeiten angefertigt habe hier sehen wir das mathematiker mit dem zwei kapazitäten problem das wollen wir mal kurz analytisch beschreiben und zwar zunächst mit einer netzliste die netzliste stelle ich so auf wie ich das gerade eben für unser ersatz schaltbild gezeigt habe wir machen ein eine schaltung c kt zum beispiel gleich circuit oder nennen wir es ein bisschen deskriptiver to caps soll eine netzliste werden mit einer kapazität c1 und den knoten 1 nach 0 mit dem wert c und der anfangs bedingung uc 0 dann nehmen wir ein widerstand r1 vom knoten 1 nach 2 mit dem wert r und die zweite ungeladene kapazität c2 von 2 nach 0 mit dem wert c diese netzliste können wir jetzt in ein gleichungssystem überführen das nenne ich eqs dazu habe ich das kommando circuit equations geschrieben von dieser netzliste machen wir eine kleinsignalanalyse davon das heißt also ac-analyse und jetzt müssen wir noch eine option einstellen die uns den strom in dem gleichen system erhält dass der in der modifizierten knoten analyse nicht eliminiert wird und wir wollen die anfangs bedingungen mit berücksichtigen gleichung aufstellen und anzeigen das sind unsere gleichung hier die modifizierte knoten analyse und auf der rechten seite des gleichungssystems sehen sie die berücksichtigung der anfangs bedingungen von unserer kapazität das kann ich jetzt lösen das gleichungssystem und nenne die lösung mal sol für solution sol gleich sol eqs mich interessiert jetzt nur der strom r1 den schaue ich mir an und da bekomme ich jetzt zufälligerweise genau das was wir eben auf dem tablet auch berechnet haben c u c 0 durch 2 plus crs wo haben wir es hier dort haben wir dasselbe ergebnis c u c 0 durch 2 plus s rc hier sehen wir es wieder und jetzt machen wir dieselben operationen noch mal die ich gerade von hand gemacht habe jetzt brauchen wir eine extraktion von diesem strom i r strom durch den widerstand im laplace bereich deswegen habe ich ihn hier irs genannt ist unser ir 1 das muss ich erst mal aus den mathematiker ergebnissen herausholen jetzt haben wir hier die laplace transformierte von dem strom i isoliert und die werden wir jetzt in den zeit bereich zurück verwandeln mit dem befehl inverse laplace transform von irs aus dem s bereich in den zeitbereich jetzt haben wir genau die gerade dargestellte funktion 1 durch r mal e hoch minus 2 t durch rc u c 0 auch noch mal zum vergleich vom tablet dort ist sie und jetzt werden wir folgendes machen wie gerade eben leistung aussichten p ist gleich r mal r quadrat also e hoch minus 4 t durch cr u c 0 quadrat durch r und diese leistung die integrieren wir jetzt über die zeit t gleich 0 bis unendlich auf um die über den widerstand abgegebene wärmeenergie zu bestimmen also w ist gleich integriere integriert diese leistung über den zeitraum t gleich 0 bis unendlich wenn ich das jetzt einfach so mache dann wird mir mathematiker zunächst verweigern zu integrieren weil es sagt es weiß gar nicht wie groß c und r sind und das integral ob das konvergiert das hält hängt schon davon ab ob rc größer oder kleiner 0 sind da wir positive werte haben können wir also mit diesen vermutungen reingehen assumptions r größer 0 und c größer 0 und jetzt integrieren wir hier und dort bekommen wir das gesuchte ergebnis wir haben als leistung die über der dem widerstand abgegeben wird c mal u c 0 quadrat viertel und die energie die vorher im system gesteckt hatte also zum zeitpunkt t gleich 0 w 0 war ja ein halb mal u c 0 quadrat also leistung zum zeitpunkt t gleich 0 und das heißt die energie die am ende im system steckt sozusagen w w unendlich ist gleich w 0 minus w und da kommen wir bei dem c mal u c 0 quadrat viertel raus also sie sehen die hälfte der energie ist über den widerstand verbraten worden und zwar unabhängig von dem wert des widerstandes sie können klein machen sie können groß machen sie können auch null machen und das ist die erklärung dafür warum man zwei kapazitäten eigentlich aus energetischen gründen niemals gegeneinander schalten sollte es geht energie verloren und das können wir nicht verhindern und das ist auch immer der grund warum wenn sie energieeffiziente wandler bauen wollen immer eine induktivität als zwischenspeicher für den strom bzw das magnetfeld dazwischen sein muss weil sie nur so in der theorie eine verlustfreie wandlung hinbekommen trotzdem werden aber sehen dass wir durch geschicktes schalten und vorheriges überlegen der energiebilanz und der taktschemen die wir reinstecken müssen und der kapazitätsverhältnisse sehr wohl auch bei ladungspumpen energieeffizienten weit jenseits von 90 prozent bekommen können sogar eigentlich beliebig hoch und das wird nur eine frage von taktfrequenz und kapazitätsverhältnissen sein das werden wir uns dann aber überlegen müssen und den punkt verschieben war dann auf die zeit nach den ferien aber sie sehen noch mal wie wichtig das ist sich gelegentlich auch noch mal gedanken zu machen über die grundlagen der elektrotechnik diese fragestellung die sie im ersten und zweiten semester gesehen haben die tauchen immer wieder auf und gerade bei solchen ja etwas komplizierteren system betrachtung sind sie immer wieder hilfreich damit wir nach einer systemauslegung auch machen können in dem guten gewissen dass wir hier keine systematischen fehler gemacht haben sie haben eine frage ja bitte beim aufschritt bin ich gerade gemacht haben haben sie noch ein fehler gesehen wo ja 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 das j von t schauen wir mal da ist wahrscheinlich sie haben völlig recht sie haben völlig recht wenn sie noch mal in mathematiker reinschauen das c ist einfach zu viel das hätte sich rauskürzen müssen und wir hier dass er da fehlt das c und dementsprechend danke für den hinweis das müssen wir korrigieren also irgendwo ist beim kürzen hier ein c zu viel übergeblieben so muss es aussehen ok dann passt gut falls sie fragen dazu haben stellen sie sie jetzt ansonsten waren wir gleich ein stück papier rausholen sie haben problem wenn sie an dieser stelle er zu null setzen aber wenn sie den grenzübergang machen wenn sie den grenzübergang machen und am ende kommen wir zu der aussage dass dieses ergebnis unabhängig ist von r dann dürfen sie an dieser stelle durchaus er zu null setzen ja also tatsächlich ist es so es ist ja nicht so dass an jeder stelle wo eine funktion für einen bestimmten wert gleich null diese funktion definiert ist aber sie haben sicher mal von behebbaren singularitäten gehört also wenn sie zum beispiel null stellen und pol stellen an derselben stelle haben dann sind es durchaus fälle in denen sich ja nach anwendung der regel von l'hôpital solche probleme beheben lassen ja das heißt wenn sie aus dem problem durch entsprechende transformation die abhängigkeit von dem betreffenden wert der gleich null wird eliminieren dann dürfen sie es am ende schon zu null setzen und hier ist ja die aussage klar der wert von r spielt keine rolle und jetzt kommt ein zweiter punkt hinzu und der ist jetzt physikalisch begründet wie kann es denn sein dass dieser wert eigentlich keine rolle spielt können wir ein supra leiter hernehmen der wert von er ist dann tatsächlich null und wir würden damit zwei kapazitäten zusammenschalten können in dieser form nein das wird in der realität nicht funktionieren warum weil kapazität eine funktion des raumes ist damit sie kapazität haben können brauchen sie raum und was wir hier gemacht haben ist eine konzentrierte modellierung das heißt wir haben hier jegliche raumdimension vernachlässigt und sind davon ausgegangen dass praktisch diese ganze schaltung auf einen punkt kondensiert ist dort gibt es in dem sinne nicht mehr kapazität als funktion des raums und wenn sie diese schaltung tatsächlich aufbauen würden brauchen sie dafür endlichen raum und sie brauchen eine endlich lange leitung zwischen diesen beiden kapazitäten und diese endlich lange leitung hat eine induktivität dann hätten sie ganz andere verhältnisse dann hätten sie in lc schwingkreis das heißt diese theoretischen grenzübergang für er gegen unendlich können sie in der praxis gar nicht bauen aber sie können er beliebig klein werden lassen und kommen immer wieder zu dem selben ergebnis das heißt das heißt das heißt das heißt Untertitelung des ZDF, 2020